So, da war noch genug Kraft da, um hier hochzukommen aufs Podest. Markus, fangen wir mit dem Wichtigsten an. Glückwunsch zum zweiten Platz bei der Tournee. Was sagen Sie dazu? Geil, 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 geil. Ohne Scheiß. Das ist einfach mega. Ich mag einmal alle danken, die mich unterstützt haben. Bei der Bundespolizei, bei den Sponsoren, über Fisman, Kampa. Ganze Family, Freunde. Ich bin einfach mega happy. Zweiten habe ich heute ein bisschen versaut. War echt nervös oben, weil die anderen Affen da oben sagen, der Kobayashi führt. Aber Eisenbüchler ist gerade da, gell? Und da huchst du halt auf den Balken und denkst, du zipfig über Ruhe. Aber ich bin glücklich. Alles klar, Markus, die 19 Uhr drängend, aber wir haben Sie noch gehört. Noch mal Glückwunsch, vielen Dank. Vielen Dank, ciao, servus.